Maskenstreit an Tankstelle, lebenslange Haft wegen Mordes. Landwirte bekommen Hilfsgelder. Verfassungsschutz warnt vor russischer Spionage. Und damit Hallo und herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Dienstag, den 13. September. Besonders von den Folgen des Ukraine-Kriegs betroffene Landwirte bekommen nun staatliche Hilfen. Die Auszahlung eines Hilfspakets im Umfang von 180 Millionen Euro für landwirtschaftliche Betriebe habe begonnen, teilte das Bundeslandwirtschaftsministerium mit. Noch in diesem Monat würden rund 135 Millionen Euro auf rund 42.000 Höfen ankommen. Die Inflation in Deutschland ist schon vor dem Ende des Tankrabatts und 9-Euro-Tickets wieder gestiegen. Waren und Dienstleistungen kosteten im August im Schnitt 7,9 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Im Juli lag die Teuerungsrate noch bei 7,5 und im Juni bei 7,6 Prozent. Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger hat angesichts von Inflation und steigenden Energiepreisen rasche Hilfe vom Staat gefordert. Wir brauchen die Hilfe des Staates, die brauchen wir an einigen Stellen, die muss gezielt sein und die muss schnell sein. Es müssen Entlastungen für die Beschäftigten her, es müssen Entlastungen für die Betriebe her, dass die Energie bezahlbar bleibt, sagte er der ARD. Der Sozialverband Deutschland hat die von Sozialminister Hubertus Heil geplanten Sätze des geplanten Bürgergelds als zu niedrig kritisiert. Es sei gut, dass das Bürgergeld nun komme, von der Höhe bin ich jedoch enttäuscht. Hier bleiben wir bei unserer Forderung. 650 Euro ab dem 1. Januar und 100 Euro sofort für den Übergang, sagte die Vorsitzende Michaela Engelmeier den Funke Medien. Grünen-Chef Omid Nouripour hat für eine zurückhaltende Genehmigung deutscher Rüstungsexporte plädiert. Die Große Koalition hat Exportzahlen teilweise genehmigt bei Rüstungsgütern, die wir nicht gut fanden, sagte er in der ARD mit Blick auf die Vorgängerregierung aus Union und SPD. Und wir wollen von diesen Zahlen runter, sagte Nouripour weiter. Grünen-Chef Omid Nouripour hat für eine zurückhaltende Genehmigung deutscher Rüstungsexporte plädiert. Die Große Koalition hat Exportzahlen teilweise genehmigt bei Rüstungsgütern, die wir nicht gut fanden, sagte er in der ARD mit Blick auf die Vorgängerregierung aus Union und SPD. Und wir wollen von diesen Zahlen runter, sagte Nouripour weiter. Der erste parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion im Bundestag, Johannes Vogel, hat Forderungen nach einer verstärkten Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine bekräftigt. Wir müssen uns klar machen, dass wir nicht in einer ewig gleichen Diskussion sind, sondern in einer neuen Lage, sagte Vogel. Auch die FDP-Wehrexpertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann hat einen schnellen Kurswechsel gefordert. Die Zurückhaltung bei den Waffenlieferungen gehe er zu Lasten der Ukraine, sagte sie der AFP. Der Berliner Verfassungsschutz warnt den Senat und die Abgeordneten vor dem Ausspionieren von Informationen über Energieversorgung und kritische Infrastruktur durch russische Geheimdienste. Die Behörde will deshalb ein präventives Schreiben an die Senatsverwaltung für Wirtschaft und den entsprechenden Ausschuss senden, sagte Innenstaatssekretär Thorsten Ackmann am Montag. Im Prozess um den tödlichen Schuss auf einen Tankstellenmitarbeiter im Streit um die Maskenpflicht ist der Angeklagte zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Das Landgericht Bad Kreuznach wertete in seinem Urteil die Tat als Mord und folgte damit dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Nach 300.000 Verdachtsmeldungen hat die Antigeldwäscheeinheit des Zolls im vergangenen Jahr bundesweit verzeichnet, so viele wie noch nie. 2020 lag die Anzahl noch bei 144.000, wie die Generalzolldirektion berichtet. Ursache für den starken Anstieg ist unter anderem eine neue Verordnung zum meldepflichtigen Sachverhalten im Immobilienbereich, die im Oktober 2020 in Kraft getreten ist. Bei der Schadensbilanz in der Kfz-Haftpflichtversicherung schneiden Berliner Autofahrer bundesweit am schlechtesten ab. Wie der Gesamtverband, der am Dienstag mitteilte, mussten die Versicherungen bei Berliner Autos knapp 40% häufiger als im Bundesdurchschnitt einspringen und bezahlen. Und damit zum Wetter In der Nacht bilden sich leichte Wolken bei Tiefstemperaturen von 12 Grad Celsius. Es werden Böen von einer Geschwindigkeit bis zu 41 Kilometer die Stunde erwartet. Morgen bilden sich in Berlin leichte Wolken bei Temperaturen von 11 Grad Celsius. Im weiteren Tagesverlauf überwiegt mittags und auch abends dichte Bewölkung, aber es bleibt trocken bei Werten von zu 19 Grad Celsius. Das waren die TV Berlin Nachrichten für heute. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend.